Musik Mein Name ist Moritz Schwerzer, ich bin 23 Jahre alt und studiere evangelische Kirchenmusik. Die Orgel bietet die Möglichkeit, dass nur eine Person, die die Orgel spielt, die ganze Gemeinde beim Singen begleitet. Musik Das Besondere in Bayreuth ist, dass die Hochschule genau auf uns Kirchenmusiker zugeschnitten ist. Musik Ich mache jetzt Bachelor, ich kann dann weiter studieren oder mich genauer spezialisieren auf künstlerisches Orgel-Spiel, Chorleitung. Musik Also wenn ich dann mal eine Stelle habe als Kirchenmusiker, dann bin ich im Grunde genommen mein eigener Chef und muss schauen, dass alles, was die Musik anbelangt, in der Gemeinde läuft. Musik